Buongiorno meine kleinen Makaronis zu einem neuen Part von One Piece Pirate Warriors 2 Gegner von einer Wüsteninsel, Kapitel 3, Episode 3 wird jetzt angegangen Ich hab wieder ein bisschen gezockt, ein bisschen trainiert Hier ist ja schon alles durch, hier ist auf die mittlere Münze alles Hier auch schon Stufe S, alles eingesammelt Hier ist jetzt überall Rang A, das Minimum der Dinge Entweder S für Special oder für Super oder A für alles sehr prügelnder Pirat, keine Ahnung Und ohne groß zu labern gehen wir hier hinein Wir sind jetzt schon Level 27 mit Luffy-Kun Mit Kusan, mit Brook oder mit Bartholomeos-Bear Ich muss einfach Bär nehmen Und ich muss ihn gleich auf jeden Fall erstmal hochleveln, weil Level 1 Ein Schlag und Tod Gegner von einer Wüsteninsel Na was sieht eher nach Crocodile aus Also das ist doch eine sehr, sehr gute Boah, Masterbrain-Frage Schon Motherbrain-mäßig Ich hab keine Ahnung, wer das sein könnte Siehst du? Sieht da? Wüsteninsel, Goldregen-Casino, ich hab keine Ahnung Und? Ich bin der Mann, die du mitbekommen hast. T.G. Ich bin der Mann, der CP9 und der alten Barock-Wax. Ich bin der Mann, der Wann, der Wann. Das ist... Der Mann, der Mann, ist doch ein sehr kassierer Kind. Robin? Ja, sag ich doch. Eine extrem schlanke. Ja, stimmt auch. Die Weiber hier haben ja auch Taillen-Alter. Da werden sogar Topmodels neidisch. Diese Gräpeln auf zwei Stelzen, wo nichts dran ist. Wollte grad sagen, was? Zwei, Robins? Aber es sind vier. Ei, ei, ei. Bisschen und Ziel. Rette Krokodil. Ach ja. Rette das Krokodil. Besiege Robin. Welche? Ach die. Okay. Hehehe. Ach du Heiliger. Auf jeden Fall Kampfforbeaterung, Werrivaxstum und... Über eine Million weg. Spezialangriff. Alter, ist das mächtig. Aber er ist ja auch Techniker. Level 27. Boom. Erstmal eine ordentliche Schippe ärmer geworden. Ja, 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 ja. Ah, der Ursus-Schock. Ursus-Schock. Freund auswählen. Franky. Cyborg mit Cyborg. Ja, ich hab Franky... Franky erstmal hochtrainiert. Die anderen beiden mach ich irgendwann mal. Wir lassen erstmal Franky, weil... Cyborg. Mit Cyborg, ne? Fähigkeiten. Warte mal. Ruhe, Gewalt wahr. Gegner werden einfacher gelähmt. Und... Wir werden natürlich bla 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 bla. Bei den Zweiern hab ich jetzt irgendwas an Freier. Frei natürlich nicht. Aber stylisch. Territorien werden leichter eingenommen. Das mach ich immer rein. Weil das ist einfach geil. Ähm... Guck mal, das Helden... Vor allem, das fühlt sich etwas einfacher. Machen wir mal den hier einfach. Jetzt verteilen wir noch ein paar Münzchen auf ihn. Ich könnte jetzt einfach das möglichst beste nehmen, aber... Ich möchte doch eher... Ja, was nehm ich denn? Aber das ist einfach Angriff. Wir machen einfach mal jetzt... Ganz stumpf... Immer das Beste rein, was gerade passt. Nimm ich das... Ups, da, das Symbol. Ich mag Alon. Nimm ich... Ich nehm einfach Impel down. Und... Ja komm, von den Kuja-Schnuckeln. Dann nehmen wir uns noch die Teleschnecke mit. Don Creek, oder... Nö, das ist zu wenig. Eindeutig zu wenig. Nehmen wir noch den hier. Ja, die Marine ist auf unserer Seite. Die Marine ist unser Freund. Und... Ja komm, und Don Creek, Zeichen kommt auch mit. Machen wir überall einen schönen Boost. Kann man nicht meckern. Und wir starten. Ausweichen und rennen. Ach ja, Sachen, die ich noch nicht weiß. T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T. Rain-Base! MNUAH! Ich meine... Dann wollen wir mal... Das sieht aus, wenn er rennt. Wir haben jetzt auch schon drei, ähm... Spezialdinger. Hab ich wunderbar mit, ähm... Raffi alles freigeschaltet. Der Robbins-Doppelgänger. Das sieht aus wie der rennt, ey. Wie so ein Bär halt, ne? Wie so ein Bär um mal Eier. Wie der Kokodat an der Flucht. Machen wir mal den hier. Huch. Alter. Machen wir mal den hier. Hui. Basis eingenommen. Geht ja schnell. Alter, was ist so... Ist der mächtig. Ähm, nimm, 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 nimm. Bevor wir da reingreifen... Machen wir mal den hier. Boah. Ach, hier bin ich schon durch? Nein, bin ich nicht. Machen wir den hier. Natürlich ist es ecky. Und... Ai, ai, ai. Ecky und Jabura. Die kriegen erstmal ordentlich was verbrezelt. Batz. Ecky kriegt ja auch nochmal einen mit. Weil wir es einfach können. Batz. Und noch einmal. Damit sollte er eigentlich besiegt sein. Oder auch nicht. Das war jetzt eigentlich nicht wirklich beabsichtig. Aber egal. Jetzt würde ich es schon mal eine Nervensäge down. Und... Und... ... ... ... Bzzzschu. Ahhh! Die Wurzun Skatling! Bats! Wollen wir mal hier ein bisschen aufräumen? Ich habe ein Geschenk für euch. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich müsste eigentlich durchgehend so moderieren, weil ich mit Kuma spiele. Haha, ist das cool. Bitteschön, ich habe etwas für dich. Behalte es doch einfach. What? Das ist geil, Alter. Lass mich doch mal in Ruhe. Ihr nervige kleinen Seelen, meine Nerven. Bats, Bats. Jetzt müsst ihr da noch über Explosionen aufkreuzen. Wenn wir mal ganz genau sind. Da geht gerade links ein Manneken nach oben, sehe ich gerade. Das gefällt mir nicht. Links in die Mitte hoch. Unser Territorium. Wir müssen den Feind ausschalten. Hallo? Bruno? Der ist auch da? Meine Fresse. Ich bin gekommen, um dich zu vernichten. Und der haut einfach ab, die feige Sau, ey. 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 für euch. Für euch. So. Die Fake-Robin hält schon mal mehr aus. Und die Fake-Robin muss endlich mal krepieren. Und die Fake-Robin muss endlich mal krepieren. So. Jetzt ist der aber auch endlich mal dran. Fake-Robin down. Bruno muss folgen. So. Gib mir ja den Scheiß da. Mission abgeschlossen. Okay. Mr. Free and Mr. Two. Cool. Na, wenn der nicht Frankys Stimme teilt. Da weiß es auch nicht. Schalte die beiden aus. Okay. Ah, Transe-Frucht. Das wird dir aber nicht helfen. Ursus-Schock. Jawoll. Und das war's für Mr. Free und nicht Mr. Two. Da. Wieder mal schreit. Wie ein kleines Mädchen. Dankeschön. Danke schön dafür. Bats. Ich habe ein Geschenk für dich. Alter, wie das reinhaut. Und falsche Richtung. Mr. Two wurde besiegt. Und überall erscheinen wieder Idioten. Bats. Ich werde euch alle ausschalten. Es macht so Bock hier drauf rumzuknüppeln auf den ganzen Idioten. Ah, das ist so herrlich. Oh. Oh. typing sowas. Wurde zu einem Feind? Na warte, du. Das wirst du nicht umsonst gemacht haben. Das wirst du mir büßen. Nimm das, ehemaliger Chichibukai. Mögest du leiden. Nimm das! Das wirst du nicht umsonst gemacht haben. Nimm das! Der haut aber auch ganz schön rein, der alte Wüstenflug. Und das war's für Krokodil! Das kommt, wenn man sich gegen mich auflehnt. Wist du nicht umsonst gemacht? Nimm das, ehemaliger Chichibukai. Okay, da ist noch was. So. Jetzt kommen aber alle angescheißert. So, jetzt wollen wir erstmal aufräumen. So, jetzt wollen wir noch einmal richtig drauf. Bats. Ach man, ihr nervt. Da kommt doch etwas. Kann da nicht gerade jemand? Ach, da ist der blöd, Mann. So, die letzten Idioten, die hinter mir sind, damit wären die schon fertig. Gehe ich mal stark von aus. Hoffe ich doch mal. Da oben rechts kommt etwas angeschissen. Ich glaube, das muss ich mal eben aufhalten. Nami macht das schon und... Ah, Jabuwa ist es wieder. Ja. So, die hatten wir. Krokodil ist wieder aufgetaucht. Krokodil Bruno. Oh Mann, ey. Hin und her. Entscheidet euch doch mal. Ich fühle mich verarscht. Bats, 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 bats. Bats, 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 bats. Bats, 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 bats. Verschwinden. Ah, der haut schon wieder ab. Do, do, Arschloch. Was ist eingenommen? Sehr gut, Leute. Aha, okay. Da ist er wieder. So, der ist jetzt als erstes dran. Scheiß auf Eki. Scheiß auf die anderen. Bruno muss sterben. Scheiß auf Eki.